Ein Mercedes-Benz E 200 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem weißen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 26.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 184 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017